Eiskunstlauftrainerin Jutta Müller im Alter von 94 Jahren gestorben Die langjährige Eiskunstlauftrainerin Jutta Müller ist tot. Sie starb im Alter von 94 Jahren in einem Pflegeheim in Bernau, wie ihre Tochter Gabi Seifert am Donnerstag der Deutschen Presseagentur bestätigte. Zunächst hatte der NDR darüber berichtet. Witt, sie hat Talent erkannt. Müller galt als eine der erfolgreichsten Eislauftrainerinnen der Welt. Von Mitte der 1960-Jahre an holte die Chimnitzerin in drei Jahrzehnten fast 60 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bei internationalen Wettkämpfen. Olympiasiege feierte Müller mit Annette Pötzsch 1980 und Katharina Witt 1984-1988. Mit ihr verliert die Eiskunstlaufwelt eine der größten Trainerpersönlichkeiten, sagte Andreas Wagner, Präsident der Deutschen Eislaufunion. Sie hat Talent erkannt und war selbst getrieben, dass man dies nicht vergeudet, sagte Witt einst über ihr strenge und autoritäre Trainerin, die sie bis zum Schluss gesiezt hatte. Da war sicherlich ein großer Teil eigener Ehrgeiz bei ihr dabei. Aber ebenso, dass sie sich verantwortlich fühlte, das Beste gemeinsam mit dem Sportler herauszuholen. Sie sei eine Trainerin aus Passion gewesen, die eigentlich nur ans Eiskunstlaufen gedacht und nichts dem Zufall überlassen habe. 2004 in die Hall of Fame aufgenommen Jutta Müller wurde selbst DDR-Meisterin im Paarlauf. Die Stadt Chemnitz ernannte sie zur Ehrenbürgerin, 2004 wurde sie in die Hall of Fame der Eiskunstläufer aufgenommen. Auch nach dem Ende ihrer Trainerkarriere zog es sie immer noch in die Halle des Chemnitzer Eislaufclubs, dem früheren SC Karl Marx statt. Besonders am Herzen lagen ihr die fünfmaligen Paarlauf-Weltmeister Aljona Savchenko und Robins Zolkovi, die sie oft beim Training besuchte. Nach der Wende stand Müller, die als sehr nah zum SID-Regime wahrgenommen wurde, nicht mehr im Rampenlicht. Untertitelung des ZDF, 2020